Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play... Jetzt geht das schon wieder auf Speichern. Zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, das waren vielleicht gerade 10 Minuten, die ich weg war. Ich hab mir noch eine andere Hose angezogen. So eine richtig schön schlabberige, womit ich mich so hinsetzen kann, wie ich das will. Weil ich hatte nämlich vorhin eine Jeans an. Und da geht das ja nicht so gut. So, dann machen wir jetzt weiter mit... Was ist das? Beer Down? Ja, könnte ich sagen. Ist das ein Reitlevel oder ist das ein Verfolgerlevel? Ich hoffe, das ist ein Reitlevel. Da hätte ich nämlich... Das hört sich gut an. Ja. Mit lilanem Schnee. Könnte aber auch der Sonnenuntergang sein. Ich hab jetzt auch... Ähm... Das Fimo-Zeug weggetan. Äh. Und ich hab... Lebkuchen gegessen. Hä, hä. Also, ich glaub, bis jetzt... Hab ich ihn bekommen? Ja, ich glaub schon. Nein! Ich hab einen verpasst. Ja, voll da dran vorbeigerutscht. Äh, fünf reich leben! Da kann man das ja mal machen. Oh, schon wieder verpasst! Döse! Es macht so viel Spaß, auf der Röhre zu zocken. Also, das Ding werde ich auf keinen Fall wegschmeißen. Bis es nicht mehr funktioniert, dann kommt sie weg. Oh. Ich hab schon wieder eine verpasst. Hatte ich schon vorher ein Checkpoint? Ich hoffe es. Natürlich nicht. Na, ich... Er hat erst gesagt, ich glaub, wenn man nach hinten drückt, dann driftet der irgendwie so ein bisschen auf dem Eis. Ach, ja. So, jetzt. Das war gut. Das war sehr gut. So, woran hat's eben gelegen? Weiß ich's nicht. Ich hab irgendeine ganz normale Kiste nicht bekommen. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber gut. Ah, da war die Kiste versteckt. Ja, sehr schön. Möchte gerne ein Checkpoint haben. Oder das Ende des Levels. Ja, da ist es. Ach ja. So. Den haben wir. Hallo. Den haben wir auch. Und da verpiesen wir uns jetzt direkt in den versteckten Warp Room wieder. Hiermit hatte ich früher sehr viele Probleme. Na, das ging ja. Das war über Umwege. Aber es hat funktionieren. So. Was für ein Level können wir denn jetzt? Aircrash. Gut, dann können wir das fertig machen. Das ist schön. So. Keine Dingsbums. Wir speichern nochmal. Ich habe zwar jetzt nur ein Level gemacht, aber das dauert ja nicht so lange mit dem Speichern. Und ja, wie gesagt, ich vertraue da meiner Playstation noch nicht so. Vielleicht die sich auch mit... Weiß ich, wie lange wir die jetzt schon haben. Weiß ich gar nicht. 18 Jahre. Können halt hinkommen. Können hinkommen. Dann schleicht sie halt einfach so eine andere Playstation. Einfach mal so als Ersatz für meine... Alte. In meinem Leben. Und dann muss man denen nicht direkt vom ersten Tag an vertrauen. Nee, das brauche ich nicht. Dann hole ich da lieber nur die normalen Kisten. Dann hole ich hier nochmal runter. Okay, hier gibt es aber keine anderen Kisten mehr. Das ist schön. Ein Checkpoint wäre jetzt schön. Damit ich das nicht nochmal machen muss. Und ich muss es nochmal machen. Die Leben will ich immer noch nicht haben. So schwer war das ja auch nicht und so viel ist das ja auch nicht. Können wir übrigens die Musik noch ein bisschen genießen. Ich war heute wieder in unserem Weinladen. Also wir haben hier in unserem Dorf so einen Weinladen. Ich hätte gerade fast den Dorfnamen gesagt. Und hab mir da... Also ich hab erstens mal da das Weihnachtsgeschenk von meinen Eltern gekauft. Und habe für mich so heiße Schokolade gekauft. So Puder. Und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Weil das, was sie da verkauft hat, schmeckt eigentlich alles voll gut. War auch nicht gerade günstig. Das war halt so süß verpackt. Ich stehe sowieso auf Kakao. Oh Gott. Nimm es mal mit. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal da abmachen. Ja. Wenigstens ein Checkpoint. Das hätten wir auch noch geschafft von der Zeit her, aber man muss es ja nicht übertreiben. So. Und was hab ich heute noch vor? Das restliche von der See rendern. Entschuldigung, ich hab mich gerade am Ohr gekratzt. Ähm. Ja, den Rest von der See rendern. Na, ich hab da heute Morgen schon ein bisschen rumgerendert. Aber da halt den Rest von. Dann halt... Äh, das Demo-Ding rendern. Und... Crash. Ja, das war's eigentlich schon. Und da hab ich jetzt... Endlich mal alles weg. Was ich noch zu rendern habe. Ja. Ich krieg das nie hin. Bevor ich diese... Beschissene Kiste treffe, müsste ich eigentlich schon wieder nach links zeigen. Ja. Und wenn man das dann jetzt versucht, dann funktioniert das natürlich nicht. Ich mein... In dem anderen Level... Also in dem Totenkopf-Level war, glaube ich, keine Kiste drin. Das war gut. Ich bin jetzt bloß nicht verkacken. Nee, 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 nee... Warum ist die jetzt noch da? Vielleicht, wenn ich die schon mal geschafft habe, das könnte sein. auch was wird ich hab zwar zwei Akkus aber man muss sich ja nicht übertreiben wow das war knapp ob das was gibt ok sieht ja noch ganz gut aus was ich hier verpliziere das war auch ganz gut das ist jetzt schon das Ende ja 100 200 ja sehr geil dann wäre jetzt das nächste Level Road to Ruin glaube ich wenn ich mich nicht irre ich hätte das ganz cool gefunden wenn die hier in Ledes Level noch so ein Zeit Ding eingebaut haben was sie dann ja im dritten Teil gemacht haben aber das hätten sie hier in dem Teil auch rein machen können nix zu sagen äh ne speichern tue ich jetzt nicht achso hier unten haben wir ja schon äh genau haben wir hier jetzt alles haben wir haben wir haben wir ähm damals bisher auch alles dann machen wir Road to Ruin und dann kommt Unbearable Road to Ruin können wir glaube ich sogar auch alles holen wenn wir einen kleinen Trick verwenden meine ich mal ja genau hier war das weil eigentlich kommt man hier glaube ich nur über den zweiten Wob Wob Wurm Wob Wurm hin aber da kommt man auch so hin und deswegen machen wir das einfach mal ich muss später abspringen ich möchte gerne alles haben oh ich geh kann doch nicht sein ich hab das früher geschafft da bin ich zu spät gesprungen jetzt lachen hier sich bestimmt wieder alle einen ab weil ich das nicht geschissen bekommen da werden wir noch genug leben das dauert ja auch nicht lange bis wir hier hin kommen ach man das kann doch nicht sein warum habe ich das denn damals immer geschafft und jetzt nicht mehr was ist denn wenn ich mich nicht drehe ist das dann vielleicht besser ja das ist sogar besser oder ich bin jetzt einfach noch besser gesprungen das kann natürlich auch sein ja endlich ok ok das ist ok das ist ok das ist ok es ist jetzt nicht so ok gewesen aber wir kriegen das hin ok ok hier sind glaube ich nitro kisten drin oder eine tnt kiste da ist eine tnt kiste da ist eine tnt kiste oder eine tnt kiste oder eine tnt kiste ok das ist alles Untertitelung des ZDF für funk, 2017